Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute geht es rund um das Thema Anstecker für den heutigen. Die Christine kann uns glaube ich da ein bisschen mehr erzählen, was man denn alles für einen Anstecker machen kann und welche Blumen passend sind und worauf man achten soll. Ich wollte mal ganz kurz noch einwerfen. Ich habe einmal einen Anstecker gesehen, der war enorm, riesig. Der Braustrauß war aus roten Rosen und lila Colors. Fand ich farblich nicht ganz passend. Der Strauß an sich war schön, aber die Farben nicht ganz optimal. Ich glaube nicht. Ich bin in meinen Augen ein bisschen gebissen. Und auch der Anstecker war aus einer Color und die war so groß, die als Kind angedockt. Ja, das gibt es leider auch. Ja, also ich glaube, das sollte man vielleicht dann berücksichtigen. Der war wirklich ein beziehendes Jackett. Die war so lang. Er hat dann anstelle die lila, also so ein beinrote Color, hat er dann den Anstecker von seinem Vater genommen. Das war eine, ich glaube, eine kleinere, weiße Color oder so. Und dann ging es. Aber die große war... Katastrophe. Ja. Zum Brautschrauß, zum Anstecker kann man eigentlich nur sagen, immer passend zur Braut. Also immer passend zur Brautschrauß. Und wirklich, wie du es gesagt hast, man muss darauf achten, dass man nicht solche Blüten nimmt, sondern wirklich klein. Bei Colors ist es schwierig einfach. Da würde ich sagen, okay, würde ich von Anfang an darauf hinweisen. Und würde sagen, wenn du unbedingt eine Color möchtest, dann wird es aber auch größer ausfallen. Aber man kann die ja nicht einfach da oben abschneiden. Nein, es sieht danach nichts aus. Also man muss wirklich nicht zu groß. Um Gottes Willen, es sollte auch nicht zu schwer sein. Weil sonst hat man auch das Problem, was ich mache. Genau, es kippt nach vorne. Es kippt einfach, es sieht nach Gaunens aus. Also es kleiner halten, vielleicht ein bisschen was Besonderes reinmachen. Ja, es gibt verschiedene Techniken. Man kann es mit Magneten festmachen. Bei Magneten müsst ihr wirklich immer aufpassen, wenn jemand einen Herzschrittmacher hat. Ihr müsst vorher unbedingt fragen, weil das kann ganz böse enden. Das muss man echt nur dazu sagen. Viele wissen es gar nicht. Nee, ich wusste nicht. Genau, ja. Weil es kommt immer mehr mit diesen Magneten und da muss man wirklich aufpassen. Also man muss immer fragen, frag, frag, frag über vorher. Und wer nicht, dann nimmt den ganz normalen Anstecker. Das ist immer super, genau. Ich denke mal, selbst wenn man nur ein bisschen Grün nimmt, der auch im Rausstrauß vorkommt, das nicht so schwer ist, reicht es ja trotzdem und ist klein und schön. Manchmal ist es weniger mehr und das ist beim Anstecker auch definitiv. Hast du einen Favoriten? Anstecker? Wie sieht denn ein Bovo-Anstecker aus? Oder Vintage? Also gibt es da irgendwie so was Besonderes? Prinzipiell eigentlich nicht. Ich experimentiere eigentlich immer gern. Es gibt dort die Variante, dass oben eine Blüte ist und unten ein paar Gräser noch rauskommen. Gar nicht, dass das so abgekappt ist, sondern einfach, dass man unten ein bisschen was arbeitet oder in beide Richtungen. Oder man muss ja nicht immer was Klassisches machen. Man kann auch einen Grundeinstecker machen. Ja, aber gut, gut. Habe ich noch nie gesehen. Man kann sich austoben oder einfach in das Jackett oben, wo manche sich ihr Tuch reinstecken, da einfach Blumen raus gucken lassen, dass man einfach was quer macht. Nicht immer dieses Längs, sondern einfach. Was ich halt, das fand ich jetzt gut, wenn das da unten so raushängt, weil das ist eigentlich, das man mir nie wirklich gefällt. Das abgekappte, genau. Abgeschnitten und dann haben wir jetzt das Ding da. Ja, genau. Wenn man es da noch ins Jackett so ein bisschen in die Tasche reinstecken kann, das Ende, dann geht's. Finde ich jetzt persönlich, aber wenn es natürlich voll das große ist, dann kann man es auch nicht. Ja. Finde ich gut. Ja? Finde ich echt gut. Sehr gut. Ja, cool. Danke dir. Ja, gerne. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich glaube da waren, also vor allem der Herzschritt machen muss ich nicht. Coole Tipps. Und ja, gleich geht's weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.